Hey, Simon hier von Basic Tutorials. Ich habe gerade das Blue Yeti Nano hier, mit dem ich auch diese Aufnahme mache und von dessen Eigenschaften ich euch im folgenden berichten möchte. Blue ist mit dem Yeti bereits seit Jahren sehr stark im Markt vertreten und hat vor einiger Zeit reagiert und mit dem Yeti Nano eine kleinere abgespeckte Variante des erfolgreichen Aufnahmegeräts präsentiert. Dieses kleinere Modell soll nicht nur günstig, sondern auch einfach in der Handhabung und im Alltag sehr praktisch sein. Zunächst fällt auf, dass das Yeti Nano klein ist. Wer das größere Modell kennt, wird dennoch überrascht sein. Bis auf die Größe finden sich auf den ersten Blick kaum Unterschiede. Blue setzt auch beim kleineren Yeti auf hochwertige Materialien und eine erstklassige Verarbeitung. Das USB-Mikrofon wird von einem Metallständer mit Winkelverstellung getragen. Dieser erweist sich im Test als gut einstellbar und robust. Er trägt das Mikrofon problemlos und sorgt dafür, dass es ohne Schwierigkeiten ausgerichtet werden kann. Das Mikrofon verfügt zentral über einen Regler, der mit einem kleinen LED-Ring beleuchtet wird. Dieses optische Merkmal passt unserer Meinung nach gut zum Gesamtbild des Mikrofons. An der Unterseite des Mikrofons wird das USB-Kabel angebracht. Dieses wirkt absolut unauffällig und verschwindet direkt in der Mikrofonhalterung. Hier ergeben sich also keine Probleme. Die Aufnahmequalität stellt wohl das wichtigste Bewertungskriterium dar. Schließlich soll ein Mikrofon vor allem Aufnahmen in annehmbarer Qualität produzieren. Ist dieser Punkt nicht gegeben, erfüllt es seinen Zweck nicht. Zunächst kann festgestellt werden, dass das Yeti Nano zwei verschiedene Aufnahmemodi bietet. Neben dem Nierencharakteristikmodus ist auch ein omnidirektionaler Modus vorhanden. Die Nierencharakteristik eignet sich vor allem für Formate, in denen nur ein Sprecher vorhanden ist. Wer einen Podcast oder Gesang aufnimmt, Game-Streaming betreibt oder Voice-Over-Anwendungen bedient, sollte also auf diesen Aufnahmemodus setzen. Im omnidirektionalen Modus werden alle Klangquellen im Umfeld des Mikrofons aufgenommen. Dieser Modus eignet sich daher vor allem für Konferenzschaltungen mit mehreren anwesenden Personen oder für Podcast-Interviews mit mehreren Gesprächspartnern. Im Test funktionieren beide Aufnahmemodi sehr gut. Im Nierenmodus werden tatsächlich nur Geräusche aufgenommen, die von der Vorderseite zum Mikrofon dringen, während im omnidirektionalen Modus Geräusche aus allen Richtungen eingefangen werden. Mit diesen beiden Modi kann der Nutzer also sehr zufrieden sein. Wie ihr hören könnt, ist die Klangqualität ausgesprochen gut. Sie übertrifft die Erwartungen, die gemeinhin an ein günstiges Aufnahmegerät gestellt werden. So lassen sich tatsächlich professionelle Aufnahmen tätigen, die dem Anspruch der heutigen Zeit mehr als gerecht werden. Besonders positiv fällt hierbei auf, dass keinerlei Störgeräusche durch das Einsprechen entstehen. Die unverbindliche Preisempfehlung des Mikrofons liegt bei 120 Euro. Für diesen Preis erhaltet ihr ein Gerät, das nicht nur hochwertig verarbeitet wurde, sondern auch alles bietet, was ein Hobby-Videoproduzent benötigt. Podcaster, Musiker und Game-Streamer erhalten mit dem Yeti Nano von Blue eine Möglichkeit, ihre Inhalte in professioneller Qualität aufzunehmen. In unserem Test zeigte das Mikrofon sich vor allem hinsichtlich der Aufnahmequalität stark. Hinzu kommen die Handlichkeit des Modells und die einfache Bedienbarkeit über einen Regler. Es ist seinen Preis also in jedem Falle wert.